Ah, endlich Munition! Oh, ich muss nur unbedingt neue Waffen kaufen. So, dann geht's abwärts in die Kanalisation hier. Mamma mia. Ja, perfekt. Oh, jetzt machen wir eine Shopping-Tour, Leute. Ich habe gute Ware zu verkaufen, Fremder. Und Glück mit den Medaillen gehabt, da habe ich gar nicht mehr drauf geguckt. Auf die blöden Medaillen. Denk daran, du musst 10 oder mehr treffen, um deine Spezialpistole freizuschalten. Mist! So, 35.000 Pesetas. Aktenkoffer, was ist das hier? 77 Fächer, dann haben wir wahrscheinlich mehr Platz im Inventar. Oder wie? Schatzkarte, auf der wertvolle Schätze im Dorfverzeichnis sind. Gut, jetzt werden wir mal... Das ist schon mal gut. Die haben wir schon mal. Brechen ein. Oh, da haben wir aber nicht viel Platz hier. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Was lacht der so? Schulterschütze. Äh, Schulterstütze. Erste Hilfespray kann man immer gebrauchen. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Zielfernrohr für das Sturmgewehr. Hehehehe. Hehehehe. Ich glaube, wir sparen noch ein bisschen. Ich möchte auch nicht zu viel ausgeben. Hehehehe. Hehehehe. Thank you. Hehehehe. Die Schatzkarte nehmen wir mal mit. Was kann man denn hier tun? Hehehehe. 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 Thank you. Dann haben wir ein bisschen mehr Kraft hier auf... Auf die Lunte wollte ich schon sagen. Hehehehe. Dann haben wir mehr Power auf die Lunte. So. Ähm. Yeah. Yes, Baby. Gib mir das Sturmgewehr. Ja, das hab ich... Ich hab auch ausgerechnet die Waffe genommen, für die ich nur 10 Munitionskugeln habe. 10 Munitionskugeln. 10 Munitionskugeln. 10 Kugeln hab ich nur dafür. So ein Mist. Ich hätte die Maschinenpistole kaufen sollen. Jetzt haben wir nur noch 8000 Pesetas. Das... Das fuckt mich jetzt ab. Ja, das war keine gute Wahl. Tina Tina. Habe ich nicht nachgedacht. Das stimmt. Muss ich dir recht geben. beziehungsweise habe ich im ersten Moment darüber nachgedacht aber ich konnte das nicht mehr zuordnen welche Munition zu welchem zu welcher Waffe gehört aber ich hätte ja einfach erstmal da rausgehen können und im Inventar nachschauen können das wäre natürlich möglich gewesen aber auch das habe ich vergessen so und jetzt gehen wir mal hier durch die Tür ach ja ja ich weiß ich bin schusselig aber das soll schon mal vorkommen ne oh das sind Medaillen äh 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 euer Ernst jetzt hier oi nein ach jetzt habe ich wieder keine Munition das ist doch das ist doch verflixt hier jetzt probieren wir das mal so wie kriege ich die Scheiße hier runter muss ich jetzt auf den Ast zielen oder oh ich lasse das mal lieber weiß nicht wie ich die Hunde kriege oder muss ich am schütteln am Baum oder so aha aha okay ja jetzt verbraue ich noch meine ganze Munition hierfür toll vogelabwehrer vogelabwehrer nein Medaillen sind das das ist für ähm für den Händler wo ich gerade war den Händler mhm mhm was war denn hier in diesem Grab sind Zwillinge begraben es ist eine andere Insignie vielleicht haben alle Gräber verschiedene muss ich jetzt jedes Grab prüfen oder was hab ich schon mal gesehen aber vielleicht äh hängt ihr Aussehen vom Grab ab w Agärrenlo Ja, der hat sich gut in die Luft gejagt. Mit seinen Kollegen hier. Mama Mia. Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Hier kommen wir bestimmt auch nicht rein. Eine runde Öffnung. Nicht. Nee, ich habe hier so Weingummis. Das sind Schlümpfe. Die schmecken ganz gut, muss ich sagen. Ach. Ey. Leute, diese Steuerung, ey. Die macht mich wahnsinnig. Boah, der geht mir auf den Sack, ey. Mit seinen blöden Dynamit hier. Ich werde es genießen. Hier steht drei Familien, äh, Insignien der toten Zwillinge. Ja, ich weiß auch, äh, die lässt sich nur im Uhrzeigersinn, in Dreier- oder Viererschritten drehen. Okay. Das M. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Nee, und da kommen wir ja schon nicht weiter. Da kommen wir schon nicht weiter, glaube ich. Warte mal. Oh, oh, oh. So, jetzt bin ich auf dem M. Und wat nu, Tina, weißt du das? Ich glaube, ich muss die Gräber nochmal abgucken, glaube ich. Welche Symbole da drauf sind. Drei und nochmal das Z war auf dem Grab. Ja, das Z, also nochmal drei, meinst du? Ein, zwei, drei und das Z. Das passt aber nicht. Kommen wir nicht mit hin. Oder doch, warte mal. Wenn wir jetzt die, äh, ein Drei machen, dann müssen wir wieder, dann müssen wir wieder auf die Vier springen, dann geht das aber wieder weg. Das ist das Problem. Ich guck da nochmal nach, weil ich, äh, weil wir haben ja noch nicht alle Gräber geguckt mit den Zwillingen. Wir hatten, glaube ich, nur zwei Zwillinge, oder? Also zweimal zwei Zwillinge. Ist ein bisschen verwirrend. Also, wir haben, ähm, wir haben, wir haben das M auf jeden Fall. So, hier oben, also V, ein V, ein M, und ein S oder was, oder Z. V, M. V, V, M. Ah, wir gucken nochmal. V, V, V. So, V, Z, M. Also müssen wir auf die Drei. Also, Also, die Drei als erstes. V, dann die Vier. V, 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 Und wie komme ich dann zum M hin? Hm. Ähm. Ach, jetzt bin ich hier draufgekommen. Jetzt habe ich hier alle an. So. Muss ich irgendwie... Ich mache nochmal Ende hier. So. So, drei. V. Dann die vier. Das ist klar. Vier. Was schlägst du dann vor? So, nochmal vier. Vier. Noch einmal. Drei. Okay. Weiß schon, was du vorhast. Jetzt die... Jetzt die... Vier. Apo, grüße dich. Oh. Oh. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die... Nochmal vier. Nochmal vier. Ja, jetzt glaube ich nochmal vier. Dann war das M. So, und jetzt nochmal die drei. Genau. Schau. Ach. Haha. Sehr schön. Ja. Du bist spitze, Tina. Du bist eine sehr gute Hilfe. Grünes Katzenauge. Okay. Das müssen wir, denke ich, mal einführen jetzt. Ich weiß, ich mag solche Rätsel. Ja, prima. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was lässt sich nicht öffnen? Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt da etwas hinein. Ja. Ich hab doch, äh... Ich hab doch das Katzenauge hier. Muss ich das nicht... Oder hab ich das noch nicht rausgenommen da hinten? Ich glaube, ich hab das nicht rausgenommen, ne? Ja. Wo ist denn mein Katzenauge jetzt? Ah, hier ist mein Katzenauge. Ähm, dass er einst eingefasst war. Aber wohin? Und wir versuchen da nochmal an der Tür irgendwas zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ne, wir müssen... Ich glaube, das, äh... Müssen wir irgendwo anders benutzen. Ich glaube, das müssen wir irgendwo anders benutzen. Ah, das müssen wir kombinieren auch noch wahrscheinlich. Weil die Option ist da zum Kombinieren. Also müssen wir das irgendwo anders reinfassen. Anscheinend müssen wir erstmal woanders hin. Wir können ja auch noch hier runtergehen. Und dann... Hey! Meine Maus! Och Mensch, ey, hab ich wieder verballert hier alles. Toll. Ja, nein. Das Problem ist, du kannst die nur anschießen und wenn sie rumwackeln, dann anst du die erst treten. Das ist das Problem. Vorher geht das nicht mit dem Treten. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich mich aber richtig erschrocken. Ey, Leute. Das, ähm, übel. Ja, super. Ach ja. Mist. Mist. Ah, das ist ein schönes Gewehr. Ich liebe mein Gewehr. Mein Gewehr ist mein bester Freund. Wow, 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 wow. Drecksvieh. Vielen Dank, dass du dabei warst, Noxy. Ich wünsche eine gute Nacht. Lass die Hände unter der Bettdecke. Streichel dich ein bisschen. Und ja, bis zum nächsten Stream. Tschau, tschüss. So, Schließen der Kirche. Was ist los hier? Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sedlers Erlaubnis. Und beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher. Seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde, niemand, er hat lebend vom See zurück. Aber nicht während ich am Lesen bin, lieber Noxy. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird der einer von uns und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. So, jetzt haben wir natürlich die Schlange gekillt und die hat ein Ei eingelegt. Direkt vor Schreck. So, mal nachladen hier die Kiste. So, Munition haben wir auch wieder. Perfekt. Wir wollen ja nicht die gute Munition von dem Sturmgewehr hier verballern. Sieht mir eher wie ein Jagdgewehr aus. Eigentlich. Moment. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Edelstein hier? Mit dem, ähm, mit dem Dicken hier? Oder warte mal mit dem, äh, Schatz, was können wir denn da mitmachen? Untersuchen? Ah ne, da können wir ja auch nichts mitmachen. Oder? Ein großer Edelstein. Irgendwie, äh, irgendwas mussten wir da einführen in die Tür. Wollen wir nochmal zurück? Ich weiß es nicht. Ob wir da nochmal zurückkommen? Alto Belli. Jupp. Äh, Munition haben wir... Da haben wir keine fast mehr, ey. Wir haben nur noch fünf, fünf Kugeln. Das ist ein bisschen doof. Ah? Spinell, was ist ein Spinell? Weiß einer, was ein Spinell ist? Ein Spinell, also, das sieht mir aus hier, als wäre das hier so eine Arena irgendwie. Als ob ich jetzt gleich gegen irgendjemanden antreten muss. Ich hoffe mal nicht. Ähm, das ist ein Spinell, also, das ist ein Spinell. Oh, Gott sei Dank eine Schreibmaschine. Hast du geschrieben, frisst das Ei, Tina? Oh, ich wollte schon sagen, da liegt so viel Munition hier drin, äh. Jawohl, ich fress das Ei jetzt. Ja, jetzt hole ich mir erstmal die... Jetzt hole ich mir erstmal die vollautomatische Maschinenpistole hier. Ist das alles? Ähm... Moment. Lass uns das mal ein bisschen ordnen hier. Kann ich das nicht ordnen, oder was? Oh, Mann. Ey, wie kriege ich die Scheiße denn jetzt angewählt? Ich kriege den Mist nicht mehr angewählt hier. Ist das alles? So. Ja, dann würde ich sagen, passt besser. Alles klar. Ja, lach nicht so. Hm. 7000 Pesetas. Ähm. Was können wir denn hier verkaufen? Ach, den Rubin können wir verkaufen, oder was? Geil. Ah. Die Uhr können wir auch verkaufen. Ist das alles, Stranger? Hehehe. Danke. Ein grünes Katzenau. Die Markierung am Stein legen nahe, dass er eins eingefasst hat. Äh, nee. Den werden wir nicht verkaufen. Ich hoffe mal, den Rubin, äh, urften wir jetzt auch nicht verkaufen, oder so. Keine Ahnung. Wir haben ja vorher nochmal gespeichert hier. Also, falls... Falls wir das hätten nicht verkaufen sollen, dann, äh, immer das nochmal neu laden. Okay. Geht wieder zurück. So wie es aussieht, kann man keine Munition kaufen, oder? Ich hab da gar nicht jetzt drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Oh, nee, nee. Geil. Wow. Ha. Beim, beim ersten Lauf geschafft direkt. Hehe. Geil. Ähm. So, jetzt... Ja, pass auf, du kriegst was gleich in die Schnauze. Und kommt der nochmal hier hoch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ah. Ah. Ja, ich glaube, das ist für die Arena hier, wa? Oh, Junge. Nein! Oh, mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Diese blöde Piss-Schlange. Was? Oh, boah, ich... Prima! Ich glaube, lieber schieße ich mit dem Maschinengewehr einzeln. Einzelne Kugeln, das ist besser. Das spart ungemein, als wenn ich da wild drauf losballere hier. Au, mamma mia. Alter, jetzt hau ich aber ab hier. Wat ne blöde KI. Muss ich ja jetzt echt mal sagen. Und? Solange ich! Te drache! Huh! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Komm her! Oh! Darf doch nicht wahr sein, Mensch. Warum geht der denn nicht platt hier? Ich glaube, ich nehme die Pistole wieder. Wo ist die Schlange? Oh. Oh, wo kommt der denn hier? Boah, die Steuerung macht mich wahnsinnig. Ah, hätte ich direkt verwenden können auch. Mist. Pressen Sie ein Hühnerei. So. Ich gehe jetzt hier hoch, ey. Mir wird da zu bunt hier unten. Ich halte mich hier stundenlang auf noch. Oh. Heh. Also wenn wir die nächste Schreibmaschine finden, dann werde ich mal speichern gleich. Und dann ist für heute finito. Dann mache ich Feierabend erst mal. Oh. Ja, das ging schnell, Leute. Sorry, tut mir leid. Heh heh. Ja, das ging! Ja, ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020